Ich muss da nur noch ein Dekostein rein. Zwischensequenz. So, na wo kommt er? Das sind neue Steine, die gerade neu wachsen. Oh oh, das sieht nach Wind aus. Gute Instinkte. Guten Tag. Ähm, der sieht ein bisschen gemein aus. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. Du kannst kommen. Ja, da scheine. Und wir gerade nur noch schnell ein Juwel ein. Vorsicht vor dem Wind. Guten Morgen. Der wird gemein, ja. Ja, der wird wirklich gemein. Oh, das war noch der Reichtum. Oh nö, das ist nicht gereicht, man erreichen wir doch. Das ist natürlich doof. Oh, bist du da? Jo, der geht auf mich. Ja, stimmt. Aua. Der geht aber gemein auf mich. Aua. Entspannen sie sich doch mal. Ist ja noch angekommen, denn. Er unterbricht halt wieder die Kombo. Ich könnte ihn tragen. So was von hauen. Hau ihn doch. Ich bin ja dabei. Ich habe ja das Problem, dass er mich immer wieder taumeln lässt und dann ein heftiges Slap gibt. Weil ich wieder nur noch ein halbes Leben habe. Boah, mega Trang. Oh, den kann ich nicht blocken. Damn. Unblockbare Angriffe sind ein Problem bei einem blockbasierten. Nö, Playstyle. Hau mich nicht, Felix. Ich muss doch in den Block gehen und du haust mich dabei. Wo ich noch nicht in den Block war. Ach, der ist scheiß Wirbelsturm, Mann. Da kommen wir wieder nicht ran, ne? Er hat den schön auf den Boost-Stats gesetzt. Darf ich jetzt mal meine Flöte spielen? Danke. Ich habe mich jetzt geärgert. Jo, ich habe merkt, dass ich ihn geärgert habe. Ich habe keine Ahnung mehr, was er dort macht, ne? Mich in den Wirbelsturm schützen. Na, jetzt ist er bei mir. Ich drücke halt blocken, Mann. Da kommt er ewig nicht aus der Animation raus. Ich glaube, der muss ich canceln, damit ich besser in die Animation reinkomme. In die Block. Ach, come on. Du, der Dreckswirbelsturm. Das nervt. Ja, ich habe ihn jetzt eigentlich gerade mal runterpullen. Oh Gott, den kann man versuchen. Noch schießt er auf mich. Aber der will bestimmt auch hier unten irgendwie. Nope. Hat er gekonnt ignoriert. Hat er gekonnt ignoriert. Ja, er ist genau in dem Moment losgecharged. Jetzt ist er noch nicht in der Luft, jetzt lohnt sich's. Aber ich bin schon wieder gestagert. Oh, wir haben Rorsch... Ne, 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 ne. Puh. Aber wir haben Rorsch dazu Buffs. Ja, das kommt von dem Partycoach. Ja, aber... Aber jetzt wird er auf mich zu hauen, Mensch. Der haut gerade ab. Alles gut. Ja, aber du haust mich, wenn ich schärfen will. Du gemeiner Hund. Warte mal. Kommt noch ein Buff. Ich habe mir so ungern von dir hauen für ein Buff. Werkzeugverbrauch... ...verringert. Also sprich, deine Werkzeuge halten länger. Moment, wo springe ich eigentlich gerade hin? Wir hüpfen wieder runter zu Kuschala. Ja, ja, ich habe nur gerade den Boden nicht gesehen. Werfen gesprungen. Ich habe mir so, oh, oh, wo geht's denn eigentlich hin? Aber du kannst ja nicht aus der Map rausspringen. War nur kurz etwas... ...verängstigt. So, der ist fast tot, sagt die Map. Lass mich... Warte mal, hast du meine HP auch gebufft? Ne. Warum habe ich jetzt wieder so viel HP wie Ausdauer? Den hat er aber noch mitgenommen. Den hat er auch noch mitgenommen. Wurde ich die Spitzen anladen? Oh, shit. Den habe ich für dich geblockt, wenn du hinter mir stehst. Danke. So, unangriff kann ich blocken. Den kann ich, glaube ich, nicht blocken für dich. In der ist so ein... Genau, den kann ich nicht blocken. Oh, er liegt. Alles in Ordnung? Nice. Das war echt beeindruckend. First try. Das war... Der war gar nicht so schnell, wie ich dachte. War halt nur einmal doof, dass ich im... ...im Wirbelsturm gelegt wurde von ihm. Und nicht rausgedrückt aus dem Wirbelsturm. Dann war das ein bisschen problematisch. Sonst war es ganz nice. Ja. Ging auf jeden Fall einfacher als der Gigante, muss ich mal so sagen. Ich mag die Buffs. Ja, der Punkt ist der, der hat ja so eine schöne Windwolke um seinen Körper herum. Ja. Wenn er ihn auflädt, kannst du als Nahkämpfer nicht ran. Außer du hast den Buff, wie ich ihn dir gegeben habe, Winddruck negiert. Das war jetzt auch der Grund, warum ich das vorhin mitgenommen habe. So ein bisschen. Ich habe die Wolke nicht wahrgenommen. Außer, dass ich in einem Wirbelsturm habe ich keine so richtig was wahrgenommen. Ja, der hat immer so ein bisschen Rauch um sich rum. Ah, okay. Das ist wie so eine kleine Wolke. Okay. Es kann passieren, dass der die... ...oder es passiert, dass der die auflädt. Und dadurch halt... ...du schwieriger rankommst, sagen wir mal so. Ja, das könnte man dann vielleicht erklären, warum... ...warum das so einfach war. Warum es sich so einfach angefühlt hat.